Ja und Berlin begrüße ich Robin Alexander, er ist stellvertretender Chefredakteur von Weltwelt am Sonntag und Weltdigital. Herr Alexander, ich möchte mal ein Zitat von Ihnen bringen, was Sie vor ein paar Tagen geschrieben haben. Was Kanzler Scholz und seine Paladinen Habeck und Lindner unter dem Eindruck der russischen Aggression gegen die Ukraine in dieser Woche vereinbart haben, ist fast das Gegenteil der Ampelträume. Da muss man sich doch fragen, wie lange kann das denn überhaupt gut gehen? Wie lange hat denn das Bundeskabinett noch genug Unterstützung an der Basis in den Fraktionen? Das ist in der Tat die interessante Frage der nächsten Wochen. Wenn man gestern gesehen hat, als Olaf Scholz diese Regierungserklärung gehalten hat und man hat mal in die Gesichter der grünen Abgeordneten geguckt, da waren einige wirklich fassungslos, andere rangen mit den Tränen. Aber das ist jetzt eine Zeit, wo eigentlich alle Parteien ein Stück weit von liebgewonnenen Identitäten Abstand nehmen müssen und sich Realitäten stellen müssen. Die Bundesregierung hat da relativ spät die Kurve gekriegt, später als unsere Verbündeten im Westen, dann aber deutlich. Und die anderen müssen das jetzt nachvollziehen. Sie haben gerade mal die grünen Fraktionen angesprochen. Ich würde aber gerne noch mal auf die SPD-Fraktion schauen. Der Fraktionsvorsitzende Mützenich war ja eigentlich immer einer derjenigen, der sehr vorsichtig agiert hat, wenn es um das Thema Aufrüstung im Westen ging, der sich auch immer wieder dafür eingesetzt hat, sehr lange noch sozusagen mit Russland zu verhandeln. Kann es sein, dass es dort auch jetzt möglicherweise Machtverschiebungen gibt zwischen Fraktionen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite Bundeskanzler Scholz? Das glaube ich nicht. Aber Herr Mützenich ist tatsächlich ein interessanter Fall. Der hat ja noch vor wenigen Wochen, also in der Zeit, als die Russen ihre Truppen an der ukrainischen Grenze schon zusammengezogen haben, ein Interview in der Taz gegeben, wo er gesagt hat, eigentlich wäre doch eine Welt ohne NATO ganz schön und eine ganz andere Sicherheitsbündnisse. Also der war wirklich da sehr auf einem sehr speziellen Film. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er gestern in seiner Rede im Reichstag das eingestandert. Er hat von Fehleinschätzungen gesprochen. Das war eine sehr nachdenkliche Rede. Eigentlich ein sehr reflektierter Mann gestern. Und das ist ja auch nicht auch das Schöne in der Demokratie. Es geht ja nicht nur darum, wer wen besiegt, sondern es geht ja auch darum, dass man kollektiv was lernt. Und Mützenich hat das gestern sehr transparent gemacht. Das fand ich eigentlich nicht, das fand ich fast beeindruckend. Hat sich da was verändert? Wenn ich mal zurückgehe in die Zeit von Helmut Schnitt als Bundeskanzler, der ja quasi am Ende über seine Verteidigungspolitik und seine gestolpert ist, dann auch quasi in den eigenen Reihen fallen gelassen worden ist. Ist das heute anders? Leben wir in einer ganz anderen Zeit? Das ist heute viel zu früh zu sagen, weil diese Zeitenwende ist ja jetzt erst einen Tag alt. Und bisher hat die SPD ja das, was Olaf Scholz getan hat, mitvollzogen. Ich habe das eh nie verstanden, weil die gute alte sozialdemokratische Ostpolitik, die so historisch so wahnsinnig erfolgreich war, die war ja nicht nur mit Russland verhandeln, die war ja auch Abschreckung. Also Brand und Schmidt hatten ja einen Verteidigungsetat, der das überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir jetzt in den letzten Jahren hatten, also viel, viel größer. Also eigentlich könnte die SPD da an ihre alte Politik anschließen. Zwischendurch hat sie halt die Hälfte davon mal vergessen. So, jetzt haben wir noch eine dritte Fraktion, die das ja auch alles mitgetragen hat und mittragen muss. Das ist die FDP mit Christian Lindner. Und das ist ja derjenige, der das ganze Geld ausgeben muss. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder sagt, er möchte auf jeden Fall den Haushalt dann ab nächstem Jahr wieder mit der Schuldenbremse aufstellen. Kommt die FDP da nicht in eine ganz schwierige Lage? Die Konstruktion mit diesem Sondervermögen, die ist wirklich handwerklich interessant, weil sie ja dann nicht unter die Schuldenbremse zählt. Und weil man darüber auch die Union ins Boot zieht. Weil wenn man das über das Grundgesetz regelt, braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Man braucht also die Union. Und wenn die Union dafür die Hand hebt, kann sie die FDP ja dann in kommenden Wahlkämpfen nicht dafür kritisieren, dass zu viel Geld ausgegeben wurde. Das ist also schon ein interessanter taktischer Schachzug. Prinzipiell aber glaube ich, dass, wie Sie sagen, Lindner tatsächlich in Erklärungsnöte kommt, weil wir haben jetzt Sondermilliarden Corona, wir haben Sondermilliarden Klima, jetzt haben wir Sondermilliarden Bundeswehr. Also irgendwann sieht man ja vor lauter Schattenhaushalten den richtigen Bundeshaushalt nicht mehr. Und wenn der dann mit der Schuldenbremse funktioniert, glaube ich, beeindruckt das die Leute auch nur so halb. Die Union als größte Oppositionspartei hat ja gestern auch sich in die Debatte mit eingemischt. Friedrich Merz, er hat nochmal gesagt, ja, wir unterstützen das, wir wollen aber nicht nur sozusagen die negativen Sachen unterstützen. Und das Positive fährt dann die Bundesregierung ein. Er möchte mehr beteiligt werden, so hatte man zumindest den Eindruck. Ist das realistisch? Dass er das tut, liegt eigentlich auf der Hand, weil er die von mir beschriebene Falle, die in dieser Konstruktion des Sondervermögens liegt, sieht. Er konnte sich dem aber nicht völlig verschließen, weil interessanterweise hat die Union vor ein paar Monaten mal ein Papier gemacht, wo schon der Begriff Sondervermögen für die Bundeswehr auftaucht. Und man kann sich ja auch schwer eine politische Debatte vorstellen, wo die Ampelregierung sagt, wir machen jetzt unsere Bundeswehr fit und die CDU sagt, wir haben noch 47 kleine Bedenken. Das ist also für die eine schwierige Position. Da wird es darauf ankommen, dass man das sozusagen präzise macht, dass man da immer wieder sagt, wo hat man konkrete Gegenvorschläge. Aber tatsächlich wird das eine spannende Debatte. Und da wird sich zeigen, wie Friedrich Merz, der ja jetzt Oppositionsführer ist, dafür gerüstet ist. Jetzt schauen wir uns mal auf die Folgen an. Die Sanktionen werden Russland treffen, aber sie werden auch, da sind sich alle Expertinnen und Experten einig, sie werden auch uns treffen, auch unsere Wirtschaft. Was glauben Sie, auch aus der Erfahrung, Annalena Baerbock hat es ja gestern im Bundestag noch mal gesagt, wir werden einen langen Atem brauchen und es darf angesichts dieser Sanktionen nicht die Puste ausgehen. Glauben Sie, dass die Bundesregierung genug gestützt wird aus den jeweiligen Parteien, aus den jeweiligen Fraktionen, dass bei diesen ganzen Maßnahmen nicht die Puste ausgeht? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von Fraktionen und Parteien. Das ist eine Frage, die unsere ganze Gesellschaft angeht. Wie resilient sind wir denn als Gesellschaft? Wie halten wir aus, für unsere Werte auch materielle Rückschläge kurzfristig oder mittelfristig einnehmen zu müssen? Also ein politisches System ist ja bei uns nicht, das ist ja keine abgehobene Sache. Das koppelt ja alles rück. Die Leute haben Wahlen, die Leute gucken, was in den Medien ist, was für Stimmungen sind. Also das ist nicht nur ein Test für eine Koalition oder eine Regierung, das ist eigentlich ein Test für eine ganze Gesellschaft. Das sagt Robin Alexander von der Welt, stellvertretender Chefredakteur dort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.